Frohes Neujahr! Wie ihr seht, Chaos auf dem Kopf, Chaos im Hintergrund, Chaos überall. Wie Martin so schön sagte, heute ist der internationale Hangover Day. So fühle ich mich auch. Ein wenig habe ich noch im Sambuca. Ein wenig habe ich noch im Wein und ein wenig mehr im Sekt. Aber das ist alles egal. Ich weiß auch gar nicht, wann ich dieses Video hier wohl schneide oder veröffentliche. Vermutlich ein paar Tage nach Neujahr. Warum ich dieses Video jetzt mache, ist eigentlich ganz simpel. Denn es ist das neue Jahr und wir haben versprochen, wir fallen das neue Jahr auch mit etwas Neuem an. Und deswegen haben wir, bzw. wenn dieses Video online ist, den Creative Gaming Clerks YouTube-Kanal. veröffentlicht bzw. für euch schon mal bereitgestellt. in einem der ersten Videos eure Fragen beantworten. Die müssen nicht zwingend zu Creative Gaming Clerks oder gar zu Gaming Clerks gehen. Die können auch einfach, weiß ich nicht, frei in die Welt hinaus. Sie müssen nur ein wenig sinnvoll sein, dann geht das einigermaßen. Und ja, wenn ihr eine solche Frage habt, dann schreibt sie einfach direkt hier unten in die Kommentarbox. Und damit wir die Fragen von den simplen Aussprüchen, wie, äh, du siehst scheiße aus, mach deine Haare, Alter, unterscheiden können, wäre es ganz nett, wenn ihr vorher Frage, und zwar groß schreibt, also Frage, groß geschrieben, dann ein Doppelpunkt und dann eure Frage, dann wissen wir ja auch, dass wir diese wirklich beantworten können und wollen müssten. Und dann versuchen wir wirklich so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Die ganz dumm lassen wir natürlich dann auch raus. Ja, ähm, das soll es erstmal soweit gewesen sein, als kleine Ansprache. Also abonniert Creative Gaming Clerks, ähm, für natürlich die Leute, die uns auf Gaming Clerks.de, ähm, verfolgen. Die brauchen natürlich eigentlich gar nicht so viel machen, denn ihr werdet natürlich auch auf Gaming Clerks.de sämtlichen Content sofort sehen. Also entweder Gaming Clerks.de täglich besuchen oder halt Creative Gaming Clerks auf YouTube abonnieren. Ich gönne mir noch einen Schluck Sambuca und wünsche euch... Oh mein Gott! Ein schönes neues Jahr 2011. Der ist ja komplett verschmiert und verzuckert. Ist das Salz? Welcher Idiot macht sowas? Unschte criticize Musik. 2 Lo perpetualور Bros. ực常.de 1981 spin auf 0 D fol Tw